Paul Flemming an sich, sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren, weich keinem Glück nicht, steh höher als der Neid, vergnüge dich an dir und achte es für kein Leid, hat sich gleich wieder dich Glück, Ort und Zeit verschworen. Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren, nimm dein Verhängnis an, lass alles unbereut. Tu, was getan muss sein und eh man dir's gebeut, was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Was klagt, was lobt man noch, sein Unglück und sein Glücke ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an, dies alles ist in dir. Lass deinen eitlen Wahn und ehe du fürder gehst, so geh in dich zurück. Wer sein Selbstmeister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Liebe Freunde der Poesie, willkommen. Wir sprechen über Paul Fleming an sich. Das Gedicht ist ein typisches Barockgedicht, so wie Paul Fleming ein typischer Barockdichter ist. Lebensdaten 1609 bis 1640. Das ist also mitten im Dreißigjährigen Krieg entstanden. Und einiges, was in diesem Gedicht vorkommt, verweist auch ein kleines bisschen auf diese Zeit. Aber das Gedicht ist deshalb so spannend, weil es eben auch für uns heute noch sehr viel zu sagen hat. Aber beginnen wir von vorne, beginnen wir mal bei der formalen Betrachtung. Und da sehen wir zwei Strophen mit vier Versen und zwei Strophen mit drei Versen. Also zuerst zwei Quarzette und dann zwei Terzette. Das ergibt ein typisches Sonett. Das Sonett war die klassische Gewichtform im Barock. Und wir sehen noch mehr Klassisches bei Fleming. Zum Beispiel die Firm des Metrums. Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren. Ein sechshebiger Jambus mit Mittelsäsur, ein sogenannter Alexandriner. Den kann man durch das ganze Gedicht hinweg hören. Da, 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 da. So weit so klassisch. Auch die Reime ganz wunderbar, meisterlich zusammengebunden. So das die Quarzette zusammengehören und das die Terzette mit ihrem Reim zusammengehören. Schauen wir uns das an. Im ersten Vers unverloren, dann Neid, Leid, Verschworen. Also unverloren, verschworen bilden die Klammer im ersten Teil, im ersten Quartett. Dann geht es weiter mit Erkoren. Das Erkoren bindet die Strophe an, die vorherige Strophe an. Und das Erkoren, unbereut, gebeut, geboren, ist wieder ein umarmender Reim wie im ersten Quartett. Und diese umarmenden Reime der zwei ersten Strophen binden die zwei Strophen zusammen. Dann haben wir die zwei Terzette, die gehen Glück an, Wahn, Zurücke kann, Untertan. Und auch die sind durch den Reim zusammengebunden. Das ist auch etwas sehr Charakteristisches für den Barock. Die Quartette werden in eine Einheit gegeben durch den Reim und die Terzette. Gehen wir aber zum Inhalt, da sehen wir noch ein bisschen mehr. Flemming gibt uns Befehle. Aber meint er wirklich uns, wenn er sagt, sei dennoch unverzagt? Wer ist dieses Du? Wer ist dieser Leser? Aufschluss gibt uns der Titel. Der Titel lautet an sich. Auch der Titel, typisch für den Barock, das Gedicht ist an jemanden gerichtet. Man richtet Gedichte an die Geliebte, an einen unnahmhaften Lästerer zum Beispiel oder sogar an die Bienen. Aber dieses Gedicht ist an sich. Also an sich selbst. Ein Gedicht, das sich gar nicht an eine fremde Person richtet, sondern zurück. Vielleicht nicht unbedingt an den Autor, sondern eigentlich an jeden. Gehen an sich, an dich selbst. Sei dennoch unverzagt. Gib dennoch unverloren. Und dieses Dennoch, das ist hier der Schlüssel. Denn dieses Dennoch könnte im ersten Moment eine Irritation sein. Warum steht da Dennoch? Warum wird das nicht erklärt? Was Dennoch? Normalerweise müsste man doch sagen, worauf sich das Dennoch bezieht. Es regnet, Dennoch gehe ich spazieren. Aber das steht da nicht. Das steht nur, sei dennoch unverzagt. Aber wir wissen, warum es da nicht stehen muss. Denn wir haben alle immer einen Grund, verzagt zu sein. Aufzugeben. Und alles für verloren zu geben. Und er sagt, nein, dennoch, egal, Krankheit, Krieg, Enttäuschungen, gib nicht auf. Das mit dem Krieg ist für Fleming sehr nahe, für uns heute vielleicht ein bisschen weiter weg. Trotzdem, sein Gedicht spricht uns, glaube ich, sehr direkt an. Gib dennoch unverloren. Gib nicht auf. Lass dich nicht unterkriegen. Weich keinem Glück kennig. Steh höher als der Neid. Wir sehen, die Menschen im Barock hatten ganz ähnliche Probleme wie wir selbst. Und wir haben vielleicht auch das Gefühl, dass sich Glück, Ort und Zeit gegen uns verschwören. Dass alles gegen uns läuft. Aber er sagt, nimm dein Verhängnis an. Lass alles unbereut. Es ist sowieso zu spät, um jetzt noch Tränen zu vergießen über die verschüttete Milch. Tu, was getan muss sein und eh man dir es gebeut. Gebeut, eine Form, die man heute nicht mehr so verwendet. Das heißt, Befehlen, Mut gebieten. Eh man dir es befiehlt. Komm dem Befehl zuvor. Tu selbst. Mach es freiwillig. Dadurch fühlt es sich auch nicht an wie ein Verhängnis. Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Gedanke. Er sagt, sein Unglück und sein Glück ist immer in jeder selbst. Den Spruch kennen wir. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber Flemming geht eine Stufe weiter. Schau alle Sachen an. Dies alles ist in dir. Du gibst allen Dingen ihre Interpretation. Du sagst, ob das gut oder schlecht ist. Ob dir das was bringt oder ob dich das niedermacht. Lass deinen Eitlen wahren. Der Eitle Wahn, das ist ein typischer Barockbegriff. Der Wahn, das ist der Trug, die Illusion. Und der Eitle Wahn, der Begriff Eitelkeit, Vanitas, ist ein wichtiger Begriff dieser Zeit. Der Eitle Wahn, das ist also ein leerer Schein. Eine völlige Täuschung. Lass deinen Eitlen wahren. Es ist alles sinnlos. Es ist alles vergänglich. Und was du dir vorstellst, das sind nur Fantasien. Ehe du Förder gehst, so geh in dich zurücke. Ich glaube, das muss man gar nicht erklären. Wer sein Selbstmeister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Hier spricht nicht einer, der sich unter ein Schicksal ordnet und gottergeben darauf wartet, was als nächstes kommt. Da ist einer, der sagt, ich nehme mein Verhängnis an, aber ich nehme mein Leben auch selbst in die Hand. Ich bin nicht ein passiver, kleiner, verzergter Mensch, der nicht weiß, wie er mit sich und seiner Welt zurechtkommen soll. Ich mache was draus und ich lasse es mir nicht schlechtreden. Ein Gedicht, das uns zeigt, dass wir nicht alles in der Hand haben. Es ist vieles verhängt und vieles wirkt auf uns wie eine Verschwörung. Aber wir können trotzdem das Beste draus machen, indem wir uns wenigstens nicht davon brechen lassen. Indem wir diese Genugtuung, dem bösen Schicksal, unter Anführungszeichen, nicht lassen, dass es uns bricht. Denn wer sein Selbstmeister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Und wenn es nur die weite Welt in uns selbst ist.